Surah 83, El-Mu-Tawfi-Fin Die das Maß verkürzenden Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, wehe denjenigen, die das Maß verkürzen, die, wenn sie sich von den Leuten zumessen lassen, volles Maß verlangen, und dann jedoch, wenn sie es ihnen ausmessen oder auswägen, verkürzen sie es. Glauben diese nicht, dass sie auferweckt werden an einem großen Tag, an dem die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden? Nein, wahrlich, das Buch der Unverschämten ist in Sijin. Und was lehrt dich wissen, was Sijin ist? Es ist ein geschriebenes Buch. Wehe an jenem Tag den Leugnern, die den Tag des Gerichts leugnen. Und es leugnet ihn keiner als ein jeder sündhafter Übertreter, der, wenn ihm unsere Verse verlesen werden, sagt, Fabeln der Früheren. Nein, jedoch das, was sie zu tun pflegten, hat auf ihre Herzen Schmutz gelegt. Nein, sie werden an jenem Tag gewiss keinen Zugang zu ihrem Herrn haben. Dann werden sie wahrlich in der Al-Jahim brennen. Und es wird gesprochen werden, das ist es, was ihr zu leugnen pflegtet. Nein, das Buch der Rechtschaffenen ist gewiss in Illiyun. Und was lehrt dich wissen, was Illiyun ist? Es ist ein geschriebenes Buch. Die Erwählten Allahs werden es sehen. Wahrlich, die Rechtschaffenen werden in Wonne sein. Auf Ruhe sitzen, werden sie zuschauen. Erkennen wirst du auf ihren Gesichtern den Glanz der Seligkeit. Ihnen wird ein reiner versiegelter Trank gegeben, dessen Siegel Moschus ist. Und um dies mögen die Begehrenden wetteifern. Und es wird ihm von Tasnim beigemischt sein, von einer Quelle, aus der die Erwählten trinken werden. Jene Frevler haben sich über die Gläubigen lustig gemacht. Und wenn sie an ihnen vorübergingen, blinzelten sie einander zu. Und wenn sie zu den ihren zurückkehrten, kehrten sie frohlockend zurück. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, das sind wahrlich Irrende. Obwohl sie nicht als Hüter über sie gesandt worden waren. Heute aber sind die Gläubigen diejenigen, die sich über die Ungläubigen lustig machen. Sie schauen von ihren Ruhesitzen zu. Hat es sich für die Ungläubigen gelohnt, was sie getan haben?